die beute der raben geht's euch gut die war so spannend finde ich auch ja was hat er in seinem blut es gibt eine uralte geschichte sie handelt von der prima makula die alchemisten sagen sie sei das erste übel und dass sie verborgen im blut mancher familien lauert doch etwas geschah das große erwachen und die makula regte sich in groß blut aber was wird sie mit ihm tun für die makula gibt es weder gut noch böse sie entwickelt sich mit ihrem wird und sie verändert dinge die welt weißt du deine mutter und laurentius wollten deinem bruder helfen sie haben versagt nein ihnen blieb nur nicht genügend zeit wir sind da die beute der raben folge dem aquädukt das ist wahrscheinlich dieses ding da gell ist die auch bei den römern für die wasserleitungen oder ist das schön oder ist das schön mein gott ist das schön kann man schwimmen nein weiter komme ich nicht rein okay wow wo willst du hin dem nebel griffindor wo hast du den herrn der lag da drüben auf der erde hör zu ugo leg ihn weg das ist nichts für kinder spielverderberin los weiter riechst du das wie das stinkt ja fürchterlich auch wieder die sonne reinscheint oh die musik ist so schön immer fast was man sich da alles anschauen kann oh oh die schauen ein bisschen zweidimensional aus renne ich überhaupt richtig das ist seltsam was ist das das stinkt okay er rennt da okay dann schauen wir da noch ganz kurz dass wir nichts verpassen na schau okay das andere kann man nicht mitnehmen kommen wir da rauf okay da geht es nicht weiter äh was ist das für ein weg bladiole eine in gärten auf feldern häufig anzutreffende pflanze von der einige unterarten giftig sind trotzdem fand eine von ihnen in gerichten und heilmitteln verwendung da die form ihrer blätter an ein römisches schwert den gladius erinnert stand sie im Römischen Reich für Stärke und Heldenmut und war daher die Blume der Helden und Gladiatoren. Oh, ja, voll süß, gell, mit der Blumen im Haar. Ah, da sind wir gekommen. Okay, okay, das heißt, da haben wir jetzt alles erkundet, quasi. Okay. Kommen wir da runter? Nein. Oh, was ist das? Achso, nur eine Pfütze. Okay, let's go, let's go. Oh, Leute, vergesst nicht zwischendurch ein bisschen was zum Trinken. Gut. Dann haben wir da mal alles erkundet. Oh. Aquädukt. Die Beute der Raben überquere das Schlachtfeld. Also, wie krass das gemacht ist. Okay, oben kommen wir mal definitiv nicht rum. Nein, die schlafen nur. Oh, mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Ugo. Oh, mein Gott. Wir haben keine Wahl. Oh. Ich will da jetzt nicht drüber laufen. Aber das ist echt, also es ist gut gemacht, dass einem dass ein Computerspiel solche Emotionen rüberbringt, dass man sich auch so, wow, so graust. Also, krass. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Ugo. Los. Los. Da ist was. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Konzentrier mich auf das Aquädukt. Es ist nicht gut, dass hier Fackeln sind. Ähm. Ich mach's zwar nicht gern, aber wir sollten halt trotzdem kurz gucken, ob irgendwas zum Looten ist. Okay, da kommen wir gar nicht weiter. Da hinten sieht die Ratten. Da ist was. Ja, aber mit dieser Schleuder kann ich scheinbar nix machen. Okay, weiter geht's, Leute. Ich will hier raus. Okay. Eww. Nein, 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 nein. Geh da nicht hin. Das sind alles... Oh nein, die Ratten. Bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das lässt auch doch nicht wahr sein. Das haben wir nämlich schon durch. Das hab ich mir gedacht. So. So. Los, lauf! Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Warte mal. Genau wie hier. Hat da was aufgeleuchtet? Na sicher. Holy. Holy. Geh doch nicht da rein, girl. Okay. Okay, okay, okay. Äh. Wow. Tricky. Sehr tricky. Sind alle da? Okay, was ist das? Äh. Drücke E, um zu kurbeln. Oh. Juhu. Hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurch bahnen. Okay. Kann ich das, äh, auslassen? Ah, okay. Sorry, ich hab jetzt da im ersten Moment nicht gecheckt, für was das ist. Aber da müssen wir das zuerst entzünden. Da war irgendwas. Oh. Okay. Irgendwas hab ich doch da gesehen. Ach so, ja, ja. Das da war das. Äh. 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 Okay. Also. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Willst du mir zur Hand gehen? Excuse me. Ah, jetzt schaut das Ganze schon besser aus. So. Cool. Okay, komm zurück. Dutsch. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. So, ich muss mich ganz kurz orientieren. Wo müssen wir denn jetzt hin? Lukas, bleib hier. Ah. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ah, wir könnten hier zu dieser Fackel. So. Dann sind wir bei der Fackel da drüben. Und dann... Dr. Hinsgras, schnell. Er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Oha, wir brauchen auch so eine Laterne. Ah, die Laterne von Gegnern können mit einem gezielten Schuss deiner Schleuder gelöscht werden, was den Gegner, den Ratten ausliefert. Oh. Was? Hä? Da drüben geht doch Belga. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Das ist furchtbar. Ich komme jetzt vorbei. Holy shit. Wir brauchen so eine Laterne. Ah, da oben kommen wir nicht hin. In den Turm. Da ist Licht. Ah. Danke. Ähm. Okay, das läuft. So. Gut. Da sehe ich eine Feuerstelle. Und da ist auch etwas, was leuchtet. Ah. Ich probiere es jetzt nochmal. Sorry, girl. Okay. Sei aber schuld, wenn du so eine gemeine Bitch warst. Entschuldigung. Oh, hier können wir unser Dings erweitern. Werkzeug. Okay. Wir können unsere Bänder erweitern. Oder die Ausrüstung. Amicia entfernt das Holz ihrer Schuhsolle und wickelt ihre unterschiedlichen Dingsstoffe ein. Was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Verringert die Zeit, in der Amicia die Schleuder hervorholt und lädt. Das wäre auch gut. Aber ich glaube, wir machen jetzt nochmal das. Wenn wir da noch gar nichts haben. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Okay. Platz für 16 Materialien einer Art. Das wäre natürlich auch sehr gut. Aber wir haben jetzt nur 12 Platz. Gut. Mehr gibt es jetzt da eh noch nicht, was wir machen können. Schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Okay. So. Gryffindor! Oh, da hätte es noch mehr zum Looten gegeben. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Okay. Ich schaue nur, ob ich jetzt nochmal was craften kann. Nein. Da fehlt mir das Werkzeug. Okay. Aber ich könnte jetzt so oder so nichts craften. So. Dann brauchen wir da mal so einen Stockerl. Wir müssen hier rüber. Was? Wo? Oh. Oh. Da. Okay. Ich habe nichts mehr Platz. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. So. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ich muss mich nur ganz kurz orientieren. Wo müssen wir denn lang? Hier, oder? Hier. Hier. Da drüben, oder? Oh nein. Wir hätten nicht kommen sollen. Ich muss deine Laterne kaputt machen. Ich bin zusammen. Oh, warte mal, jetzt hat sie das abgelegt. Ah, warte. Oh, ich hab keinen Topf. War der oben? Ja, okay, die Sachen sind nicht gelootet. Da war ein Topf, so. Jetzt würde ich das nämlich mal anders versuchen. So. Ich schmeiß jetzt den Topf, weil da hab ich mehr Spielraum noch. Ähm, Topf. Kann ich nicht. Hä, ich hab ihn verloren? Nein, jetzt ist er wieder da. Ah, geht da nicht, okay. Dann muss ich da zuerst rüber. Okay, let's go. Oh, nein, Soldaten! So. Aber ich kann nix schmeißen. Ah, so kann ich ihn nicht aus der Reserve locken. Okay, wir müssen. Wir müssen schieben. Ich helfe mit! Pass auf! Verbrenn dich nicht! Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ah, okay, ich kann auch aufhören zu schieben. Y, hier bleib. Bleib hier. Gut. Bis gleich. Ah. Bye, Samantha! Okay. Hau mal des verstanden. Hilfst du mir beim Schieben? Ja, gewiss. Ja, gewiss. Ha. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was in der Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Los, los, kein Ton. Hab verstanden. Wir müssen den doch sowieso. Darf man Tipps geben? Ja, logisch. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Raten sind überall. Schhh. Wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ich glaube halt, dass ich jetzt mit der Fackel einfach umdrehen muss. Ja. Habe ich mir auch kack gedacht. Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Weil ich habe das nicht gecheckt, warum er so schreit. Und ich habe mir dann eh gedacht, dass es das sein wird. So. Gut. Kinders. Der Weg ist frei. Gehen wir. Sofort. Kommt, Kinders. Ist da einer? Okay. Okay, da kann ich die Fackel reingeben. Sehr gut. Ehe. So, Kinder. Kommt. Glitter hoch. Na gut. Kein Luchs. Sehr gut, Kinder. So, jetzt schauen wir mal, was da abgeht. Oh. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Da vorne ist was zum Anzüllen. Oh mein Gott. Da hängen zwei. Ähm. Dieses Feuerschön wird aber nicht ausreichen. Glaube ich. Das habe ich mir nämlich dort. Oh mein Gott. Amicia, Sie werden von Ihnen angezogen. Wer? Oh mein Gott. Amicia, der Turn. Ja, wir können hier nicht bleiben. Los, rein da, schnell. Leute, helft mir. Amicia, da drüben ist jemand. Oh nein. Kommt, Kinder. Das ist nicht lustig. Amicia sitzt in der Halle. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, hey, was treibt ihr da? Tut mir leid. Aber wir müssen hier raus. Amicia. Wer wird sterben. Ich frehe euch an. Bitte. Das kann nicht wahr sein. Hier entlang. Kommt. Sorry, girl. Aber schnell. Lukas, komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da ist einer. Achtung. Achtung, Kinder. Pssst. 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 Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier. Nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Songnung. Du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst? Lukas. Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gut. Sei vorsichtig. Songnung lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einem Gegner, von hinten drücke E, sobald das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Okay. Geil. Nice. Was passiert? Hier sind Gewichte dran, dann geht das hoch. Da ist noch ein Topf. Okay. Q. Okay. Dann versuch's. Y. Schilder. Ich lasse los. Achtung. Hä? Noch einmal. Das musst du machen. Ja. Was soll mir das bringen? Was soll mir das bringen? Wow. Wow. Okay. Holy. Äh. Kyo. Schaffst du das? Ich. Ich kann nicht. Gegen den Ratten. Denkst du, du kriegst das hin? Unverzüglich. Ah, okay. Okay. Okay, komm raus. Oh, schau, wie er es lieb haltet. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zu ihm zurück, gell? Okay. Kommt, Kinder. Hey, geh halt ins Licht. Wie ist das zum Looten? Wir haben kein Werkzeug. Dann muss hier irgendwo Werkzeug sein, wenn es hier eine Werkbank gibt. Jo. Ah, warte mal. So. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Wir brauchen Werkzeug, Leute. Da war aber keines. Wir kommen auch nicht mehr zurück. Wir kommen zurück. Hit. Yo. Es ergibt für mich halt keinen Sinn, dass da eine Werkbank ist, aber kein Werkzeug. Wo ist Lukas? Alle drüber. Sehr schön. Okay. Das müssen wir als erstes aufheben. Okay. Kein Problem. Okay. Und laufen. Und laufen. Nein, lau. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. So. Ab und zu dauert es ein bisschen. So. Aber jetzt habe ich gecheckt, dass das da runtergebrochen ist. Und. Ah ja. So. Jetzt hat das alles einen Sinn. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wer weiß, wie lange die brennen. Okay, 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 okay. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Darüber wahrscheinlich. So. Schnack. Kommt. Wir gehen weiter. Okay. Nein. Da komme ich nicht drüber. Ich komme über die Leichen nicht drüber. Dann frage ich mich jetzt aber, was... Ah. Ah. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Anisja. Ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo. Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihm nachgelaufen. Na los. Wir suchen noch mehr von ihm. Ja. Wir müssen hier raus, Amisja. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Hier sind alles Soldaten. Uh. Liebe. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt. Gehieren gehört uns. Ein Ach. Glück im Unglück. Komm, Lukas. Ich sehe keine Ahnung. Okay, okay. Amisja, ich bin so müde. Siehst du, wir haben jetzt keine Zeit. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Okay. Kathi, du bist mein Hero. Wer würde sie sagen? Ich glaube, wir sind am Ende. Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Was heißt hier lang? Wo lang? Oh. Ja. Baby. Lauf! Amisja! Lass mich los!